Machen und hier nochmal eine Reihe draufsetzen. Nur dafür habe ich ein bisschen... Ja, könnte doch passen. So. Vielleicht reicht es ja. Ich kann aber für nichts garantieren, dass das reicht hier. Das reicht auch nicht, das sehe ich ja jetzt schon. Ja, für den Test reicht es. Egal. Ich brauche trotzdem noch was. Dann mache ich hier nachher Pissens und dann lasse ich das nachher dahinter ankommen. Das ist eine geile Idee, finde ich. Erde. Meine Erde. Das kann man auch schön nachts bauen. Ich hätte mir vielleicht noch eine Schaufel mitnehmen sollen. Das wäre vielleicht nicht die dimmigste Idee, die ich hier hatte. Und was sagt er? Jawohl. Passt. Meins. Also wie ich mich kenne, ich habe es mir fast gedacht, dass das nicht passt. Aber kein Ding für den King mit dem großen Ding. Machen wir das einfach eh andersrum. Und dann machen wir das so. Das ist doch gar kein Problem. Wo ist denn da das Problem? Das ist doch gar kein Problem hier. Das ist doch gar kein Problem, sagt er. Am Arsch, Alter. Ich mache das halt so. Das müsste auch passen. Das passt auch. Wieder halt passt, Alter. Nee, warte, ich mache das noch nicht zu. Alter, ich wollte hier Weizen hinhaben. Boah, was mache ich denn, Alter? Ey, ich drehe durch, Alter. Ich kriege ein Kind, Alter. Ich kriege ein Kind. Dann weiß ich, ob ich das jetzt mal wieder schön zubauen hier, Alter. Eigentlich keine Schaufel dabei, Alter. Ey, boah, ich kriege zu viel, Alter. Gehe ich das nicht mehr spitziger, geht das nicht auch schneller? Bisschen. Ha, das nutzt nicht. Ja, gut, ist gekauft. Moment, so. Ach, die Reihe ganz hinten hätte er ja gar nicht weg, dann musste ich voll aus, Alter. Ne, warte, was mache ich denn da, Alter? Da musst du doch wieder hin, ey. Oh, ich kriege zu viel, Alter. So, Alter. Da kommt jetzt Wasser rein, so. Gleich mache ich mir erst mal eine Schaufel, Alter. Oder hol mir doch mal eine, ey. Ich habe ja sogar noch welche. Rein, mal, halt, Alter. So, Deckel drauf. Fertig. Warte mal, kriege ich hier noch? Ja, kriege ich noch. Was? Mudikowski. Was? Meine Pistons mache ich gleich. Alter, die Geräusche hören sich irgendwie behindert an. Die hören sich nicht nur irgendwie behindert an, die hören sich sogar behindert an. Oh, das wollte ich aber nicht. Und jetzt kann ich da nicht rauch rumspringen, Alter. Ah, mein Gott, Alter. So, Pistons mache ich gleich. Auch sieht das von draußen nicht ganz so behindert aus, Alter. Na, habe ich zumindest alles in meinem Haus. Müsste auch ausgeleuchtet genug eigentlich sein. Ups. Sollte reichen. Aber ich habe eine Axt. Oder ich mache das einfach. So, lass ich das da drauf landen. Hä? Fertig. Erstmal fällt mir nichts besseres ein. So, eigentlich könnte ich dann ja auch mal die Erde so wieder zurückpacken, die ich jetzt im Moment noch übrig habe. Und dann mal schnell mal Schlafzimmer machen. Anfangen. So. Weil da muss ja mal langsam mal hochgezogen werden hier. Tür kommt da rein. Blöde, dass da kommt, keine Mitte hat. So. Tada, kleines Schlafzimmer Juhu Jetzt freuen wir uns alle Da muss ich aber noch mal irgendwas abändern Eigentlich, irgendwie Glas Genau Das ist es Grünshause Kreuz Nein Nein, siehaut Nein Fail Vielleicht hat er zwar so ein Ding an anderer Seite Aber gut Ach ja, hier oben war er schon Und hier unten muss ja nicht Gut, gut Ich glaube das war es auch erstmal Was ich heute noch so als auch ein Zelt hatte Mal was essen Irgendwie drei Minuten rum kriegen Dann zügig Tür bauen Das ist eine gute Idee Tür, 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 Tür Holz, Holz, Holz Eins, zwei, drei Vier, fünf, sechs So Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tür Jawolle So Jetzt kann ich hier ein paar Etagen mit hier so Dingens machen Wo der hier so runterfällt Mit irgendwelchen Wobei das wird wohl die einzige Farm werden hier Oh Und dann Hier kann ich eigentlich ja gleich mal abschotten Hier so Na geil, Alter Ich hab kein Holz mit, ne? Ne, ich hab kein Holz mit Holz Darauf hab ich ja beim Baum gar nicht Beim Baum, genau Beim Baum gar nicht geachtet, ey Oh, mein Hals tut weh, Alter, ey Ich muss zusehen, dass ich Schluss mach hier Sonst macht mein Hals mich gleich kaputt Ich hab doch ne Axt mit, Alter Mein Gott So, guck mal, geh doch viel schneller So Bei den kann ich hier jetzt Da hab ich eh zu wenig Holz mit Aber egal Kann ich hier ne schöne Wand reinziehen Hallo Schweinchen, was machst du denn hier? Du sollst hier nicht hin Ich schrumpf dir jetzt ne schöne Wand rein Das kann ich auch noch super schnell mal machen Das mach ich auch nochmal super schnell Sollte reichen Vielleicht kann ich auch nochmal sechs Opfern für ne Tür So Müsste eigentlich klappen Jetzt hat klappt auch Und wieder hat klappt Zack Und noch Tür Zack Und fertig Nee, erst die drei Fackeln aufbrauchen So Aus Wird eh bloß ein Wartungsraum So, dann stelle ich mich mal hier in die Ecke Und sage danke fürs Zugucken Und bis zum nächsten Mal Tschüss Mit geiler Mocke verabschiede ich mich dann Und dann